Ob ich mir nun ein Bein breche oder eine psychische Wunde anschaue, bei beidem ist es von Bedeutung. Wenn ich dann weiterschaue, was es benötigt, um diesen Heilungsprozess voranzutreiben, wenn ich den Blick auf diesen gebrochenen Knochen setze, dann geht es darum, diese Knochenfragmente wieder in Beziehung zueinander, also in eine natürliche, richtige Position zu bringen. Bei einer psychischen Wunde, wir können sagen, einem gebrochenen Herzen, setzt man auch diese Fragmente, eben in diesem Fall die Fragmente des Bewusstseins, wieder zusammen, wieder in Beziehung zueinander.